Renner, schön, dass du da bist. In deinem Wohnzimmer kann man ja nach all der Zeit wirklich schon sagen, aber in ungewohnter Perspektive, oder? Absolut ungewohnt, weil ich bin ja immer in der Regel da unten auf dem Rasen in meiner Coachingzone meistens jedenfalls und versuche einen Einfluss auf die Mannschaft zu nehmen und natürlich auch auf das Schiedsrichtergespann. Wenn du mal als Fan einfach an die Hammerstraße oder ins Stadion gehen könntest, was wäre so, wo würdest du sagen, wo ist Sascha Hildmann mal Fan? Wenn ich als Fan mal kommen kann, dann würde ich natürlich nur da drüben stehen, also würde ich mich in die Kurve stellen und würde mit ein paar Freunden einen schönen Nachmittag haben wollen. Wenn du ins Stadion schaust, siehst du die Menschen alle noch auf dem Rasen stehen und singen nach dem Aufstieg? Ja, also das hat sich ja reingebrannt. Also das ist ja was, was ganz Besonderes ist und da ist auch immer wieder die Bilder und das ist so ein kleiner Film, der immer wieder zurückkommt, wenn du siehst, wie der Abpfiff war, wie Leute drauf gestürmt sind, was das für schöne Bilder waren, wie glücklich die Menschen waren. Das ist ein Vergessen. Du hast lange gesagt, du brauchst einfach noch Zeit, um all das zu verarbeiten. Jetzt spielt man in der neuen Liga, ist das mittlerweile völlig verarbeitet? Nein, also das schaffst du nicht. Du hast so was Tolles erreicht und ich will es auch gar nicht irgendwie verarbeitet haben wollen, weil das soll immer präsent sein. Das sind Dinge, du hast Geschichte geschrieben und wenn es dann mal nicht so gut läuft, ist das auch eine tolle Motivation, für dich selbst dann an die schönen Zeiten zu denken, um dann wieder mehr Kraft zu tanken. Wahrscheinlich aber, was einem irgendwie immer vorschlägt, wenn man hier unten aus dem Gang an von Stadion reingeht, ein paar Bilder davon kommen oft, oder? Ja, sag ich ja, regelmäßig sind die Bilder. Wie so ein Film spielt sich da dann bei dir ab im Kopf und ja, das ist dann was, was für immer bleiben wird. Ist ja logisch. Um noch mehr einfach über dich zu sprechen, gehen wir einfach rein. Gerne. Herzlich willkommen zum Guide.com Tribünen-Talk, wo wir noch mehr über dich, über deinen Weg und dein Verständnis von How Tomorrow Works sprechen wollen. Was bei dir dann wichtig ist, ist aber vor allem auch erstmal zurückzuschauen einfach, weil nach deinen Karrieren als Profifußballer war es ja eben nicht direkt das Trainer sein, sondern du hast vorher noch einen normalen Job gehabt. Nimm uns einmal quasi einen Schnelldurchlauf bitte mit, wie dieser ganze Weg zustande gekommen ist. Schnelldurchlauf, okay, das wird hart, weil es war schon ein langer Weg, muss man klar sagen. Ich habe natürlich dann, als ich keinen Profifußball mehr betrieben habe, habe ich parallel eine Automobilkaufmannsausbildung noch mal gemacht nachträglich und bin dann ins Geschäft meiner Eltern eingestiegen und habe dann mit meinem Bruder das Autohaus geleitet, das dann für sieben Jahre. Habe aber immer wieder, aber habe auch als Trainer gearbeitet dann. Habe dann angefangen, ganz klein in der Bezirksliga als Trainer zu arbeiten, bin aber von morgens bis abends immer wieder auf die Arbeit gegangen. Das heißt, ich habe dann um halb acht angefangen zu arbeiten bis um 18 Uhr und bin dann um 18.30 Uhr ins Training gefahren und das dreimal die Woche und plus Sonntagsspiel. So hat sich das so eingeschliffen, bin aber dann auch in dieser Zeit sehr erfolgreich gewesen mit diesem Verein mit Rodenbach, sind von der Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen, von der Landesliga in die Verbandsliga aufgestiegen. Dadurch ist dann Ida-Oberstand auf mich aufmerksam geworden, die dann in der Regionalliga aufgestiegen waren und habe mich dann gefragt, ob ich da Trainer machen möchte und das war für mich dann klar, ey, das würde ich auf jeden Fall tun. Habe dann in dieser Zeit auch meine ganze Trainerausbildung durchlaufen bis zur A-Lizenz, von C, B, A-Lizenz wirklich jede Stufe einzeln absolviert und merkte aber dann, dass es dann schon im Endbereich ist. Also Regionalliga, Ida-Oberstand waren 100 Kilometer mit dem Auto einfacher Fahrt, Landstraße, das jeden Abend. Wir haben vier bis fünf Mal die Woche trainiert, das heißt morgens gearbeitet, halb acht bis 17 Uhr, 17 Uhr auf die Autobahn oder Landstraße bis 18 Uhr und dann um 18.30 Uhr angefangen zu trainieren und dann um 22.30 Uhr, 23 Uhr zu Hause gewesen und das über zwei Jahre in der Regionalliga West-Türt-West haben wir auch gegen Preußen-Münzer gespielt mit Ida-Oberstand, das weiß ich noch. Buppertaler SV und so ein Rot-Weiß-Essen war schon eine herausfordernde Zeit, hat mich auch sehr geprägt, aber dann habe ich auch schon gemerkt, okay, ich glaube, auf Dauer arbeiten, sprich ein Autohaus führen als Geschäftsführer mit 15 Angestellten plus Trainer, das war dann schon sehr hart, muss ich ehrlich sagen. War das die Leidenschaft zum Fußball, die dich durch diese Zeit dauerhaft geführt hat oder war es da auch schon wirklich der Gedanke an morgen von, ich möchte irgendwann professionell Fußballtrainer sein, der dich durch diese Zeit geschoben hat? Das, das war alles, also natürlich die Leidenschaft zum Fußball, aber mir hat das Trainers sein auch so viel Spaß gemacht, dass, dass ich überhaupt mal in der Regionalliga West-Türt-West trainieren würde, als Sascha Heldmann, das war für mich damals schon ein Traum, ganz ehrlich. Mein erstes Spiel, das war in Lotte, wir spielen da mit Ida Oberstein in Lotte, jeder kennt sich hier in Münster, spielen da 0 zu 0, Maik Ballburg ist zwar Trainer, das war schon für mich sehr, weil da bin ich hergekommen aus dem Profifußball, ich habe zweite Liga gespielt, ja, und auch viel Drittligaspiele gemacht, aber das war dann schon noch mal was, wo ich gesagt habe, Mensch, wenn ich das noch mal schaffe, Profitrainer zu werden, das wäre mein Traum und dann musste ich aber die Fußballlehrerausbildung absolvieren, das heißt, du wirst ja nicht einfach Profitrainer und die A-Lizenz war damals das Höchste, was ich machen konnte, auch als Lehrgangsbester abgeschlossen, war da sehr ehrgeizig, war da sehr hinterher und wollte dann unbedingt den Fußballlehrer machen und da habe ich mich für die Fußballlehrerausbildung beworben, die sehr umfangreich war, du musstest da zwei Tage ins, oder drei Tage quasi mit 104 anderen Bewerbern dich da messen, du wurdest wie so ein Assessment Center bist du da durchlaufen, Psychologen waren bei dir, du musstest Prüfungen machen und dann entscheiden sie sich für 24 Leute und als dann das Schreiben kam, dass ich da genommen wurde, war für mich ein Traum in Erfüllung gegangen und dann musste ich mich auch entscheiden oder dann habe ich trotzdem, trotz dieser Fußballlehrerausbildung, die ich unbedingt machen wollte, immer noch gearbeitet, das heißt, ich habe dann von Sonntags abends in Hennef bis Mittwochs in Hennef gewesen, habe dann Donnerstag, Freitag, Samstag in der Firma gearbeitet und habe noch den Oberkisten SC Hauenstein trainiert in dieser Zeit, also drei Jobs quasi auf einmal, das war auch, bin ich auch, also mit Work-Life-Balance oder so, war da nicht viel, das war schon eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Du sagst es irgendwann, hast du dann den Schritt gewagt, den Job als Geschäftsführer aufgegeben und gesagt, Haifischbecken, Profifußball nehme ich dafür in Kauf, das ist ja, es braucht eine krasse Motivation, um diesen Wechsel zu vollziehen, was hat dich da so angeschoben, dass du gesagt hast, das traue ich mich. Der Wille, der absolute Wille und meinen Traum zu leben, mein Traum war es, wieder vom Fußball zu leben, ich habe meinen, ich war Fußballspieler, ich war Profifußballer, ich habe das geliebt, diesen Job, ich habe es geliebt, mit der Mannschaft zu arbeiten, zu leben und ich wollte immer als Trainer auch was bewegen, ich wollte immer irgendwie was anderes vermitteln, ich wollte, ich hatte Trainer, die waren, die waren so knüppelhart, die haben dich geprügelt, in Anführungszeichen, wir haben Sachen gemacht und die waren auch teilweise persönlich wirklich, ja, das war, die haben dich beleidigt, das war nicht schön, es waren viele Zeiten dabei, wo die Trainer mit dir umgegangen sind, mit so irgendwas und das wollte ich unbedingt neu machen, ich wollte das, ich habe mir geschworen, wenn ich bin, ich bin ja niemals so oben, wie mit mir umgegangen wurde und versuche da meinen eigenen Weg zu gehen und wollte da neue Mittel und was auch immer möglich ist, um das zu verwirklichen und deshalb hat mich unwahrscheinlich angetrieben, dann wieder morgens auf dem Fußballplatz zu stehen, als morgens um halb acht das Büro aufzuschließen. Das war mein großer Traum, das wieder zu schaffen, ich habe eine Familie, ich habe ein Haus gebaut, das war schon ein Risiko, also das wieder liegen zu lassen, ich wurde dann nach dieser Zeit Trainer bei der U17 in Elversberg von Elversberg, U17 Trainer und wurde dann, in der Bundesliga war das, und wurde dann in Mainz im NLZ genommen, als ich diesen Schritt gegangen bin, im Mainzer NLZ, als hauptamtlicher Trainer, dann ist für mich, dann habe ich, da war ich echt stolz, dass ich diesen Bogen wieder gespannt habe, von der Bezirksliga, wo ich mal angefangen habe, wo ich nie gedacht hätte, als wir auf Hartplätzen gespielt haben und so weiter, dass wir dann mal, dass ich dann noch mal als Trainer die Chance kriege, im Profibereich zu arbeiten. Das hätte ich nie gedacht, aber es hat ja dann auch geklappt, Gott sei Dank. Wenn man es hart auf hart betrachtet, hast du wirklich gesagt, ich stelle Emotionen für mich höher als Sicherheiten im Leben. War das dann einfach was, wo du sagst, das sind Werte, die sind für mein Glück einfach so wichtig gewesen, dass du eben nicht so sehr auf die Sicherheit gesetzt hast? Absolut. Also natürlich war es so, dass ich wusste, wenn das jetzt mit dem Fußball oder als Trainer nicht funktioniert. Meinen Job habe ich, ich hatte zwei Berufe gelernt, ich habe eine Ausbildung damals auch gemacht, bevor ich überhaupt Profifußballer wurde, habe ich Karosseriebauer gelernt, habe das abgeschlossen, dann habe ich Automobilkaufmann gelernt, habe das abgeschlossen. Also ich hätte jederzeit wieder in die Berufe zurückgehen können. Das wäre für mich immer möglich gewesen. Und deshalb war ich da auch relativ, ich sage mal in Anführungszeichen entspannt, weil ich wusste, sollte es mit dem Trainer sein schiefgehen, kann ich jederzeit wieder in meinen Beruf zurück. Und das hat mich so ein bisschen am Leben gehalten, war auch froh, dass ich diese Jobs hatte oder diese Möglichkeiten hatte. Natürlich war es ein Risiko, aber das Glück, das hat mir sehr viel bedeutet. Die Familie hat es mitgetragen und deshalb bin ich froh, dass es dann auch geklappt hat. Du hast gerade schon angerissen, dass Werte im Fußball damals vielleicht so oder so andere waren, sie aber auch oft schwer mit Leben zu füllen sind, weil der Alltag extrem erfolgsabhängig einfach ist. Was sind so für dich die Werte, die du irgendwann definiert hast, wo du gesagt hast, die will ich, egal wie das Geschäft ist, niemals für mich verlieren? Das Elementarste für mich sind Werte, wie du schon sagst. Und das war für mich überhaupt der Grund, warum ich vielleicht auch wieder diesen Weg Trainer gegangen bin, weil ich das eben oft vermisst habe. Und ich wollte genau das auch wieder vermitteln. Das größte Gute ist für mich Respekt. Respekt vor jedem Menschen zu haben, Respekt vor, mit Menschen umzugehen, ob der jung, alt, egal ist für mich, stand es an oberster Stelle. Wenn ich meinen Jungs mit Respekt behandle, kriege ich auch Respekt zurück. Genauso Werte, sie ist Höflichkeit, sei es Freundlichkeit, sei es offen zu sein. Es gibt Dinge, die einfach für mich ganz wichtig sind. Das kannst du nicht von jedem verlangen. Aber ich finde Respekt und Anstand und solches deiner Mannschaft und deinen Spielern mitzugeben und die nicht irgendwie schlecht zu behandeln oder vor allen Dingen den Menschen immer zu sehen. Auch der Mensch steht für mich ganz klar im Vordergrund. Du hast ja immer mit einem Menschen zu tun. Natürlich ist er ein Fußballspieler, aber ich sehe in erster Linie den Menschen. Und ich mag meine Spieler alle, wirklich alle. Es ist mir egal, ob er besser ein Tor schießen kann, der andere besser verteidigen kann, der andere ein Tor, einen Ball hält. Aber der Mensch steht für mich ganz oben. Und ich glaube, das kriege ich ganz gut hin, das zu vermitteln. Ich glaube, die Jungs wissen das auch. Sie können mit allem immer zu mir kommen und werte trotzdem natürlich die Leistung auf dem Platz. Und das ist immer so ein schmaler Grad als Trainer oder auch für die Spieler. Auch ich als Spieler habe es nicht oft verbinden können. Wenn ich nicht gespielt habe, habe ich mir gedacht, der Trainer kann mich nicht leiden, dabei ist das totale Quatsch. Du bewertest das, du hast 25 Leute, du versuchst das Beste daraus zu holen, was jetzt an diesem Spieltag die beste Elf ist. Das versuchst du aufzustellen und versuchst es den Spielern dann zu erklären. Verstanden habe ich es früher auch nicht immer, bin ich ehrlich. Ich habe dann den Trainer auch angefangen mal zu hassen. Aber es hat auch Gründe gehabt, warum wir als Spieler manchmal den Trainer vielleicht nicht so, weil er eben auch dann schlecht zu uns war. Und das will ich mir niemals vorwerfen lassen. Für mich ist ganz klar, wenn ich mal irgendwo weggehe, soll es immer heißen, Sascha Heldmann ist ein guter Mensch. Er kann sich überall blicken lassen. Ob er vielleicht der beste Trainer war, ist mir in dem Moment egal. Sie sollen sagen den Leuten, Sascha Heldmann ist ein guter Mensch, guter Typ, mit dem hatte ich nie irgendwelche Schwierigkeiten. Und das ist mir das Allerwichtigste. Ist das mittlerweile vielleicht einer der schwierigsten Spagate in dem Sport? Zwischen, ich muss menschlich einfach möglichst gut mit allen in meinem Umfeld umgehen können und vielleicht gar nicht so im Detail der beste Trainer sein? Nein, du brauchst immer, du musst auch im Detail ein sehr guter Trainer sein. Also das eine schließt das andere nicht aus. Aber du musst auf jeden Fall, für mich ist als allererstes trotzdem immer noch, dass diese Menschenführung der Mensch an sich steht an erster Stelle. Dass du detailliert arbeiten musst als Trainer, dass du da auch überzeugen musst. Also das ist hundert Prozent so. Also es geht das eine, geht nicht das andere. Aber ich versuche eben beides dann immer wieder zu kombinieren. Du hast es vorhin gesagt, du hast als Amateurtrainer angefangen, warst dann Jugendtrainer und hast dann den Schritt wirklich auch im Herrenbereich als Profitrainer zu arbeiten. Wie hat dich das als Mensch in der Zeit auch entwickelt? Hat sich der Trainer in der ganzen Zeit auch immer mehr angepasst? Auf jeden Fall, weil jede Zeit hat dich geprägt. Wenn du ein Amateurtrainer bist und der Bezirk, der anfängst, hast du ja die ehrlichsten Fußballer überhaupt. Weil wenn die nämlich keinen Bock mehr haben und dann kommen die nicht ins Training, dann merkst du, okay, du hast als Trainer keinen guten Job gemacht. Weil die müssen ja nicht. Die sagen dir dann auch Trainer, Training war nix, heute können wir wieder was anderes. Natürlich nur bedingt. Aber es hat mich unwahrscheinlich geprägt, weil ich Profi-Ansätze hatte, musste mich, hatte ein riesen Anforderungsprofil. Und die waren von den Jungs, die waren da unten, meine waren da oben. Und irgendwann musste ich es hinkriegen, dass ich dann eben ein bisschen runtergehe und die auch ein bisschen höher gehen. Und dann hast du auch Erfolg gehabt, weil ich habe zum Beispiel einen Tag mehr Training eingeführt. Ich habe zum Beispiel individuelles Training eingeführt. Ich habe sogar Zeugnisse geschrieben. Da haben sie sich am Anfang kaputt gelacht, ja. Und dann auf einmal wollte jeder eins haben. Also es war ganz krass. Was schlägt an? Ich habe individuelle taktische Maßnahmen, Technik, Schusstechnik einfach genotet. Und so Menschen, die es sich gegeben hat, am Anfang haben die sich kaputt gelacht. Das haben die noch nie erlebt. Ich bin ja auch kein Lehrer oder sowas. Aber ich fand es halt ganz spannend, sowas mal in die Hand zu geben. Und dann für jeden mal so ein kleines Feedback. Ich habe mir so Karteikärtchen geschrieben, habe jedem Spieler meine Bewertung draufgeschrieben, habe die dann in die Hand gedrückt. Also hier, so sehe ich dich. Siehst du das anders? Und so sind wir da zusammengekommen. Kann ich heute nicht mehr machen. Das ist heute, heute im Profibereich geht es nicht mehr. Du kannst noch viel erzählen, dann ist dann der Berater dann da und dann ist der da. Also es hat sich gedreht. Deshalb hat mich jede Station absolut geprägt. Das Jugendtraining war für mich extrem erfahrungsreich, weil du, weil die Jungs, die jungen Spieler, die stellen so viele Fragen und die machen aber auch noch so viele Fehler. Da kannst du als Trainer so viel einwirken. Da kannst du dich selbst fördern, machen, tun. Also das hat auch unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Und dieser ganze Mix endet jetzt im Profitrainer. Jetzt hast du aber einen super Stuff. Jetzt hast du auch, im Amateurtrainer machst du alles alleine. Ich musste damals sogar, das war jetzt angefangen mit Platzwart und Schiedsrichter und ach, was wir alles da hatten. Ja, er musste anrufen. Schiedsrichter, ob man muss dich anrufen, ob er ein Spiel pfeifen kann. Also es waren so Dinge angefangen. Bis jetzt im Profibereich wurde ein super Stuff was. Wir hatten einen super Co-Trainer, Trainerteam. Alles perfekt. Die nehmen dir so viel ab. Du hast jetzt auch viele andere Aufgaben, um die dich kümmern musst. Sei es Öffentlichkeitsarbeit, sei es, ja, einfach viele Gespräche auch mit Spielerberatern und so weiter. Und deshalb ist das eine andere Ebene jetzt, die du jetzt einfach hast. Und trotzdem will ich aber Mensch bleiben und sehe den Menschen und will meine Art, die ich habe, nicht verlassen. Natürlich kann ich jetzt keine Karteikarten, wenn ich ein Zeugnis immer schreiben. Wenn ich einem ein oder anderen Spieler ein Zeugnis schreiben würde, weiß ich nicht, ob er da so glücklich drüber wäre. Gibt es etwas, was du dir aus der Zeit zurückwünschen würdest, wo du eher in Bezirkslandesliga oder so unterwegs warst? Ja, diese Ehrlichkeit, diese absolute Lockerheit und diese Ehrlichkeit, die diese Spieler... Und man darf nicht unterschätzen, mit wie viel Bock die Fußball gespielt haben, wie viel Lust die hatten. Die sind sonntags selbst, morgens, wenn wir um 13 Uhr das Spiel hatten oder um 14 Uhr sind die selbst, haben die sich ein Masseur organisiert und haben sich da für 20 Euro massieren lassen, tapen lassen, weil wir hatten ja nichts. Das haben die alles auf sich genommen. Jeden Sonntag sind die da hin, haben ihr Geld investiert, haben ihr Hobby bezahlt. Damit sie sonntags auf dem Fußballplatz stehen und Fußball spielen, fand ich absolut bemerkenswert. Und wir haben da natürlich auch noch geile Siege gefeiert, damals wurde auch noch viel gefeiert, also war zwangsläufig halt so. Und das hat dann sehr viel Spaß gemacht. Das vermisse ich so ein bisschen, diese Ehrlichkeit und diese Lockerheit, die hier im Profibereich natürlich dann eben auch nicht immer angebracht ist, muss man ja zugeben. Wenn man dann weiter blickt auf deine Profistation im Hergumbereich, du hast in Großasbach angefangen, dann kam Kaiserslautern. Für dich ja zwangsläufig eine Riesensache, weil es dein Herzensklub ist, weil du kommst aus der Stadt. Ja. Wie hat dich die Zeit geprägt? Einmal positiv, weil es natürlich der Verein aus deiner Stadt war, aber eben auch negativ, weil es natürlich ein Riesenklub ist und am Ende ja dann eben auch nicht sportlich aus deiner Perspektive glücklich geändert ist. Zunächst mal war dieser Schritt, du hast vorher in Großasbach gehabt, der Dorfklub, ja, war super für mich zum Entwickeln. Die haben mich von Mainz geholt, waren da ganz tolle Erfahrungen, toller Verein immer noch, wirklich. Fünf Jahre Drittliga-Fußball gespielt, ein eigenes Stadion gebaut, du kannst nur den Hut ziehen vor dem, was die da hingestellt haben. Wenn ich heute so sehe manchmal, wo die dann ausweichen müssen, in irgendwelchen Stadien spielen müssen, das wollte Großasbach nicht, die haben ihr eigenes Ding da hingestellt. So, und habe mich da entwickeln können als Trainer, habe da wirklich gute Erfahrungen gesammelt und kommst dann zu so einem gefühlt, zu so einem Riesenbrett Kaiserslautern, was mein Traumverein damals war. Was für mich natürlich eine Riesenaufgabe war und ich extrem aufgeregt war, als die Anfrage kam und so modelliert war. Das hat mich auch sehr geprägt, wenn ich an die erste Pressekonferenz noch denke, an eine Vorstellung und ich gehe in diesen Presseraum hinein, da sitzen, boah, ich bin ja lügend, 30 Pressevertreter, bloß Kameras, bloß alles, was da da war. Da habe ich so gedacht, okay, mein Lieber, jetzt bist du eingekommen, jetzt bist du irgendwo im ganz dicken Ding und versuche sich da zu verwirklichen. Und hatte aber auch einfach eine schlechte Zeit erwischt, weil der Vereins ging sehr schlecht. Wir hatten, wir waren kurz vor dem Konkurs, kurz vor der Insolvenz, da waren viele Baustellen, musstest aufsteigen, wir waren auf Platz 9, hat nicht gereicht. Und dann hatten sie Stress und Druck und dann wollten sie reagieren. Es war eine sehr prägende Zeit, es war eine sehr schöne Zeit. Es war auch eine sehr herausfordernde Zeit und eine anstrengende Zeit. Und ich möchte nicht missen, aber ich glaube, heute würde ich vielleicht auch viele Dinge nochmal anders machen. Hat sich dein Bild vom Fußball oder deine Leidenschaft zum Fußball in diesem Zeitfenster geändert, von Bezirksliga, Regionalliga, Oberliga zu eben dann Großasbach-Kaiserslautern? Meine Einstellung zum Fußball? Ja, oder deine Leidenschaft, weil erst stehst du überspitzt gesagt auf einem Dorfplatz und hast ehrliche Jungs vor dir und dann bist du auf einmal in einem riesigen Stadion mit aber einem ganz, ganz anderen Druck, den es ja vorher auf keinem dieser Plätze in der Form gab. Das ist richtig. Also es hat sich in dem Sinne geändert, dass du dir manchmal, wenn du so, wenn es nicht gelaufen ist und du hast echt zwei Spiele verloren oder du hast wichtige Spiele verloren und du gemerkt hast, jetzt fallen sie gerade über dich her. Hast du dir so gedacht, ach, wäre ich doch lieber wieder so Trainer. Aber wenn du das dann nicht hast, dann willst du es auch wieder haben. Also natürlich, ich glaube, das sind normale Gedankengänge, die jeder Mensch hat. Hat mich überhaupt nicht irgendwie meine Leidenschaft 0,0 zerstört, meine Motivation auch nicht. Und ich war komplett immer wieder dahinter und gehe jeden Tag gerne auf den Platz, weil die Arbeit, das, was wir machen dürfen, ist ein Privileg. Ich bin jeden Morgen an der frischen Luft. Ich habe 25 verrückte Fußballer da unten sitzen, wo jeder anders tickt und jeder eine andere Ansicht hat, um mit denen zu arbeiten im Trainerteam, in diesem Verein, wo alle mitleben. Das ist doch schön. Also ich finde es super. Jetzt bist du hier in Münster seit über vier Jahren schon. Hättest du es für möglich gehalten, dass ein Club und so eine Region dich nochmal so packen, als du hierhin gekommen bist? Das weiß man natürlich nicht. Man hofft es. Man weiß es nicht. Es war ja auch, der Motor am Anfang war ja noch so ein bisschen gestottert, sage ich mal in Anführungszeichen, weil wir ja eine ganz schwere Phase hatten. Und dann kam Corona. Bums. Und Corona war für alle ganz schrecklich, auch für mich als Trainer und so weiter. Dieser Cut des Nichts-Fußballseins, dann dieser Abstieg. Es kam ja alles zusammen. Und ich glaube, das hat einfach gepasst, wie wir uns dann gefunden haben, wie wir gearbeitet haben. Ich hatte 0,0 ein Gefühl für die Fans, wie die eigentlich nach dem Abstieg. Das habe ich, glaube ich, im Film schon gesagt. Da hast du gar keine Ahnung, wie die reagiert haben. Es war ja nichts erlaubt. Und ich hatte gar keinen Bezug. Und ich bin ja auch so, ich liebe ja Fans. Ich bin ja selbst Fan. Und das dann irgendwie, als es dann mal wieder offen war und so, hast du so gemerkt, dass da so ein Schwung kommt, die Stadt so mitlebt. Hey, top, super. Also ich freue mich, dass es so gekommen ist. Und wenn man dann noch mal ein bisschen mehr auf deine Verantwortungsrunde als Trainer blickt, du stehst quasi an vorderster Stelle von der Mannschaft und bist einfach für den Erfolg verantwortlich. Wie gehst du mit dem Druck für dich um? Der ja auch durch die Öffentlichkeit, das ist ja wie ein Brennglas. Also es wird ja, je höher du kommst, desto größer wird der Druck. Wie gehst du damit um? Ich habe für mich so ein paar Dinge, auch für den Kopf. Zunächst einmal sind im Fußball oder habe ich mir abgewöhnt, mich über Dinge aufzuregen, die ich nicht beeinflussen kann. Das ist etwas, wenn ich auf der Autobahn im Stau stehe, rege ich mich nicht mehr auf. Das schaffe ich. Wenn ich, wenn es am Sonntag der Seegert so einen Ball für 30 Meter ins Tor schieße, dann ist es ein Sonntagsschuss. Das passiert, das schießt er einmal. Wahrscheinlich hat er den Fuß kaputt danach. Aber es ist einfach so, dass das kann ich nicht beeinflussen. Ich konzentriere mich auf die Dinge, die ich beeinflussen kann. Das versuche ich auch der Mannschaft, die mir zu vermitteln. Ich kann beeinflussen, ob ich noch ein Gegenspiel hinterher erinnere. Ich kann beeinflussen, ob ich im 1 gegen 1 an ihm vorbeikomme. Ich kann beeinflussen, ob ich ein Kopfballduell gewinne, ob ich in Zweikampf gewinne. Das kann ich beeinflussen. Das ist so mein Credo. Und was von außen kommt, wenn die Presse irgendwas schreibt oder der Druck höher wird, das kann ich nicht beeinflussen. Ich muss bei mir bleiben. Ich muss das machen, was ich am besten kann, nämlich mit einer Mannschaft arbeiten, trainieren, Pläne schmieden und die Jungs vorbereiten auf das nächste Spiel. Dass der Druck dann groß wird, wenn du dann oder immer größer wird, je höher du kommst, das ist normal mittlerweile. Und damit musst du umgehen, es macht es nicht besser. Ich kann es manchmal auch nicht hören, wenn sie dann sagen, ja, ist ja normal als Trainer. Ja, nein, es macht es aber nicht besser. Das gehört dazu, aber es ist nicht schön. Und trotzdem habe ich da meinen Weg gefunden, versucht natürlich dann auch Ausgleich zu schaffen, sei es durch Hobbys, sei es durch andere Dinge. Aber ich glaube, das, was ich beeinflussen kann, das bestmöglich zu machen und darauf aufzubauen, ich kann auch nicht beeinflussen, ein Schiedsrichter, der den größten Müll zusammenpfeift und du dann ein Spiel verlierst, was maßgeblich daran kann ich nicht beeinflussen. Da rege ich mich dann schon mal drüber auf, weil eben dann auch die ganzen Zuschauer und alle zu Recht dann sauer sind, weil du, das ärgert mich dann, wenn dann so Fehlentscheidungen getroffen werden oder sonst was, dann ist es halt einfach so, ja. Aber in der Arbeit an sich nur auf das konzentrieren, was du beeinflussen kannst, das ist am besten. War das ein langer Weg für dich, dass du an den Punkt gekommen bist? Ja, das war ein sehr langer Weg, weil ich mich am Anfang über alles aufgeregt habe und über jeden und irgendwie versucht habe, da Einfluss zu nehmen. Mittlerweile sind sie mir egal, was wir machen, wirken mich nicht. Du kennst, du hast es eingangs gesagt, das normale Arbeitsleben und du kennst jetzt ja auch genauso gut das Leben als Profitrainer. Wie würdest du für dich Erfolg bewerten, unabhängig von Punkten, unabhängig von Ergebnissen? Was musst du für dich haben, damit du sagst, du bist erfolgreich und auch glücklich? Ich glaube, das ist das eine, bringt das andere mit sich. Erfolgreich sein, glücklich sein, hängt ja oft ganz eng zusammen. Und wichtig ist, was jeder persönlich für sich als Glück bezeichnet und was jeder für sich als Erfolg bezeichnet. Ich versuche, die kleinen Dinge mich glücklich zu schätzen. Ich versuche, mit kleinen Dingen Erfolg als Erfolg anzusehen. Ich freue mich, ob ich das noch schaffe, weiß ich nicht, aber wenn der ein oder andere Spieler, ich will jetzt keinen Namen nennen, vielleicht auch mal, wenn du so oft trainierst und er endlich den Ball mit links auch mal dann flanken kann oder auch mal ein Kopfballtor macht, obwohl er gar nicht klöpfen kann. Wenn du solche Dinge trainierst, so habe ich angefangen, waren es für mich so kleine Erfolge, da habe ich mich gefreut. Es ist nicht immer automatisch der Erfolg, nur weil du ein Spiel gewinnst, sondern manchmal ist, oder gerade diese kleinen Dinge, und das macht mich dann auch glücklich. Oder ich bin glücklich, wenn ich morgens hier rauskomme, es ist schönes Wetter, wenn es mal schönes Wetter in Münster ist, was selten genug der Fall ist, aber wenn es dann mal schön ist und du gehst raus und auf dem Rasen hast du schöne Dinge, dann bin ich auch glücklich, es macht mich auch glücklich. Ich sehe die Sonne, ich denke mir, Mensch, ich habe doch einen super Job, ich bin ja in der frischen Luft, es macht mich auch glücklich. Also es ist nicht natürlich das andere, und ich glaube, diese kleinen Dinge machen ja dann das Große. Und deshalb freue ich mich dann umso mehr, wenn du dann dich vorbereitet hast eine ganze Woche und hast ein Spieler mit Spielern gesprochen, die vielleicht einmal eine ungewohnte Position spielen, bereitest du darauf vor und der Junge macht dann ein super Spiel und wir gewinnen hier zu Hause noch die Derbys. Keine Ahnung, ey, dann ist da natürlich dann Ekstase. Dann ist ja logisch, dass dann alles rauskommt und dafür arbeitest du. Aber mein Weg ist, die kleinen Dinge freuen mich dann auch und geben dann oft das Große. Das macht dich auch glücklich. Und begleite dich, wenn man es so rauskommt, beruflich wie privat eigentlich im Gleichsten. Privat sowieso. Ich meine, zu Hause, meine Familie, die geht über alles und da lasse ich auch nichts. Das ist so. Und wenn die, die sind auch glücklich, das ist auch wichtig. Also die Familie muss ja auch glücklich sein. Wenn die nicht glücklich ist, belastet dich das ja auch. Kannst du dann überhaupt, das sage ich auch meinen Spielern immer, wenn die Freundinnen dann kommen, an die Mädels, wenn die dann Einfluss nehmen, wenn die nicht gut drauf sind, dann spielt er vielleicht den größten Klumpatsch und du weißt ja, warum er das macht. Also da musst du immer wieder hinterher sein und gucken, stimmt was nicht, ist alles okay. Das sind so die alltäglichen Dinge, die dich begleiten als Trainer. Aber auch als Chef einer Firma, genau das Gleiche. Auch der Chef einer Firma. Ich war Chef einer Firma. Ich musste auch gucken, dass die Jungs da immer schön am Arbeiten sind und happy sind, weil wenn du nicht glücklich bist, dann kannst du keine Leistung bringen, wenn du keinen Spaß hast. Ganz klar. Und das ist wahrscheinlich gerade auch auf dem Level ein Riesenkunststück, irgendwie das Familienleben mit dem Berufs- oder erfolgreichen Berufsleben zu vereinen, oder? Du brauchst eine Familie, die da komplett hinten dran steht, die das mitträgt, weil du eben oft weg bist. Wir sind jedes Wochenende unterwegs. Also wir sind ja, wir haben jeden Samstag, jeden Sonntag haben wir einen Auftrag. Es ist nicht, dass wir sagen können, ja, meine Freunde, Bekannte, die fahren dann mal Donnerstag auf Sonntag, machen die mal einen schönen Lenz irgendwo, machen hier einen Kurztrip. Geht bei uns gar nicht. Wir können überhaupt keinen Kurztrip machen. Wir können nicht einfach mal sagen, morgen machen wir mal einen Tag oder zwei Tage, machen wir mal ein Wellnesswochenende oder so. Ich weiß gar nicht, wie das geschrieben wird, Wellnesswochenende. Und das sind so Dinge, das musst du eine Frau haben, die das natürlich erst mal mitmacht, weil die Freunde hören sie überall, die fährt da mal hin, die fahren da mal weg. Und das sind Dinge, geht bei uns nicht und deshalb brauchst du jemanden, der das mitmacht. War das mal was, was dich vielleicht auch an den Rande gebracht hat, dass du gesagt hast, Familie ist größer als das Geschäft oder hast du es immer gut vereinen können? Familie ist immer größer als das Geschäft. Die härteste Zeit war sicherlich, als ich die Ausbildung zum Fußballlehrer gemacht habe, weil da war ich fast gar nicht zu Hause, weil wie gesagt, sonntagsabends Heneff bis Mittwoch, auch Mittwochabend zurück, Fußballplatz Hauenstein, Donnerstag gearbeitet, Hauenstein, Hauenstein, Samstag Fußball in der Oberliga und Sonntag wieder nach Heneff. Das war eine sehr harte Zeit und dafür bin ich auch sehr dankbar. Da war dann so die Grenze erreicht und du gewusst hast, okay, jetzt musst du mal ein bisschen aufpassen. Aber es hat sich ja dann Gott sei Dank wiedergelegt. Mit all dem, was du jetzt in der ganzen Zeit ja schon erlebt hast, wenn du an morgen denken sollst zum Abschluss. Wie sieht für dich so dein persönliches How Tomorrow Works aus? Was brauchst du auch in Zukunft, damit du eben sagen kannst, ich bin glücklich, ich bin erfolgreich, ich bin zufrieden mit dem Leben in allen Bereichen? Ich muss immer, also für mich ist wichtig, ich muss immer auf dem Platz sein. Also ich brauche, ich muss mit einer Mannschaft arbeiten. Ob das jetzt, ich will auch mal, wenn ich mal älter bin, will ich auf jeden Fall noch mit Kindern arbeiten. Das habe ich mir fest vorgenommen, Jugendspieler, Uhr 13, Uhr 14, Uhr 15. Das macht auch so Spaß, wenn du mit denen arbeitest, die geben dir so viel zurück. Also solche Dinge vielleicht noch ein bisschen ganz später mal ausbilden. Aber wenn ich morgen jetzt zur Arbeit gehe, dann will ich genau das machen, was ich im Moment gerade mache. Trainer von Börsenmünster. Schöne Ausschlusswort gibt es. Dankeschön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017